Herzlich willkommen in den Brunnen-Arkaden im gräflichen Park Bad Rieburg. Mein Name ist Simon Hillebrand. Mein Name ist Stefan Marx. Und wir freuen uns schon sehr darauf, auch hier bei Theater spielen zu dürfen. Das Ganze ist eine Kooperation des Zimmertheater Höcksters und der Bad Rieburger Touristik. Nicht nur wir werden diese Bühne hier bespielen, sondern auch wir in Höckster werden wir wieder zahlreiche Kollegen einladen. Wir freuen uns. Bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020